halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bier begrüße euch und freue mich dass du einschaltest zu einer weiteren ausgabe der öPNV news schön dass du wieder dabei bist wir haben heute richtig viele themen dementsprechend müssen wir gucken dass wir die folge jetzt so kurz wie möglich halten eine kleine info vorweg nächste woche startet die games kommen es kann natürlich passieren dass wir dementsprechend ein paar sonderausgaben der öPNV news hier für euch abends bereithalten dementsprechend wollen wir das ganze nicht alles auf den sonntag packen weil die folge sonst wahrscheinlich unendlich lang wird schaut es da am besten die woche immer mal wieder durch vielleicht ist da ein neues video der öPNV news erschienen und jetzt würde ich sagen fangen wir direkt an mit dieser woche los geht's und den anfang macht ganz klar heute mal wieder der transfer monate 2020 denn 3d zug hat ein bild auf facebook gepostet mit dem titel ts 2020 intercity mod wann dieser erscheint ist noch nicht bekannt erscheinen wird er aber für den transfer monate 2020 von daftay games mehr infos gibt es unten in der video beschreibung den link packe ich euch unten selbstverständlich wieder mit rein ein weiteres addon wurde jetzt angekündigt nicht diese woche sondern vorletzte woche war aber zu kurzfristig um dieses jetzt hier noch mit in die news mit reinzunehmen frankfurt koblenz ist jetzt auf dem weg richtung train simulator 2020 ein kurzes bild was man hier sehen kann hier sieht man die br 429.1 und die db br 411 icet diese werden wahrscheinlich wohl mitgeliefert in dem neuen addon einen genauen release termin gibt es ja auch noch nicht bis dahin müssen wir uns also noch ein wenig gedulden TSW 2 kündigt jetzt auch schon seinen nächsten dlc an the isle of white so nennt sich das ganze mit nur noch einer verbleibenden linie der sogenannten island line verfügt die isle of white über ein schiennetz von etwa 8,5 meilen die züge fahren vom ikonischen bahnhof right pier nach shanklin die island line ist seit 1967 mit einem einer dritten schiene elektrifiziert dieses führt uns zu dem zug der mit der strecke geliefert wird die ikonische baureihe 483 ein alter u-bahn zug der früher auf der london tube fuhr dies ist auf arbeiten an der strecke zurückzuführen die damit endeten dass der right tunnel ein 10 zoll zu niedrige decke hatte für die maße der standard rollmaterials wir bringen dieses interessantes stück eisenbahn schon bald in trains im world 2 bleiben sie dran so heißt es aktuell wenn ihr natürlich mehr dazu lesen wollt findet ihr link unten selbstverständlich wieder in der video beschreibung weiter geht's mit um sie denn hier gab es natürlich die letzte woche die ankündigung von berlin prt jetzt gibt es noch was von harley korn der voraussicht release des um sie addons berlin bt ist montag der 24 august 2020 im laufe des tages zu veröffentlichen wo das produkt im zeitraum 20 august 20 20 18 uhr bis 24 august 20 20 18 uhr im harley korn shop vergünstigt angeboten der rabatt entspricht 16 prozent und somit die höhe der aktuellen mehrwertsteuer dieses angebot gilt für alle my harley korn kunden unabhängig davon ob sie bereits ein omsi berlin x10 ihr eigenen können falls ihr noch überlegt habt da zuzuschlagen dann schaut es vielleicht bei harley korn vorbei da spart ihr halt dann noch mal richtig ich glaube ich war jetzt irgendwas somit zwölf euro ein paar zerquetschte wer wie gesagt bock auf dieses addon hat der guckt dann am besten dort mal vorbei ein neues addon wurde auch angekündigt sein server auch das ganze kommt wieder hier von harley korn und hat dementsprechend einen kleinen eintrag bekommen so sieht das ganze aus ein neues französisches addon wird es jetzt erscheinen soll die bretagne ist zweifelsfrei eine der schönsten gegner in frankreich britannien in diesen schönen regionen ist das die zweite französische um sie zwei map von harley korn angesiedelt das haben sie zwei ändern sein serveren ist im department morbihen gelegen die abwechslungsreiche um sie karte führt sowohl durch größere städte hat aber auch einige überlandsabschnitte dabei es geht also durch die stadt und land in einen reizvollen umgebung immer mit französischen flair geplant sind aktuell sieben linien die sehr unterschiedliche fahrzeiten haben während die fahrten zum navet hafen in zehn minuten erledigt sind brauchen andere linien 50 minuten bis sie durchfahren sind müssen wir leider ein bisschen entschuldigen aber so dieses französische ganz ist jetzt nicht so meine welt und deswegen nimmt es mir nicht über wenn ich da vielleicht den einen oder anderen namen jetzt falsch vorgelesen habe es tut mir leid wie gesagt mehr dazu findet ihr unten in der video beschreibung ich pack möchte alles damit rein dort findet ihr auch noch weitere bilder ein neuer bus ist ebenfalls erschienen für um sie zwei der coach bus 256 kam überraschend ohne große ankündigung letzte woche könnt ihr jetzt kaufen der preis beträgt hier wieder mal 14 euro 90 und man muss dazu sagen es gibt keine vergünstigung für leute die bereits schon ein coach spaß dlc besitzen so heißt auf jeden fall auf der steam seite freue dich auf das neue um sie zwei edon coach spaß 256 hol dir den im detail nachgebauten ungarischen langstrecken bus nach hause und wille zwischen elf verschiedenen bus typen und herstellungsjahren ab sofort ist das neue um sie zwei edon coach spaß 256 bei uns im shop und auf steam erhältlich also wer mal immer so was fahren möchte der kann da jetzt zuschlagen denn die busse sind alle wirklich sehr sehr detailliert aufgebaut wir werden uns das ganze auch noch anschauen sobald die möglichkeit aktuell da ist dass wir diesen noch irgendwie mit rein kriegen bei glattberg hat auch mal sich wieder zu wort gemeldet und zwar sieht man jetzt die linie 721 die wir schon zum teil in letzten öPNV nicht gesehen hatten ja auch 17 kilometer strecke 54 minuten fahrzeit allerdings hatte man nicht alle haltestellen gesehen jetzt hat man die liste vervollständigt und man sieht auch schon wird was jetzt aktuell im bau ist und was bereits schon fertig ist wann es hier neue informationen gibt wissen wir nicht aber wir halten euch natürlich auf dem laufenden denn es ist nämlich so dass bei glattberg nämlich auch noch dieses jetzige angekündigt hat denn zukünftige projekte wurde jetzt aktuell pausiert da es irgendwie schwerwiegende probleme aktuell gibt was das kartenbauen angeht man möchte sich aber die zeit nutzen um nicht an die neuen projekte zu arbeiten sondern um seine anderen seine älteren dlc ist die man schon veröffentlicht hat jetzt dazu ein bisschen zu renovieren hier ein bisschen aufzuräumen und da vielleicht noch den ein oder anderen patch hinterher schiebt wenn wir eine ganz interessante sache weil das halt alles in einer woche passiert ist wir sind mal gespannt wann wir hier noch informationen dazu haben wann es denn hier an der stelle denn wieder weiter geht für die kostenlose karte alheim laurenzbach updated gab es jetzt eine neue version und zwar alu modern 2020 diese version wurde ganz frisch in einem russischen omsi 2 forum veröffentlicht auf der karte sind rund 85 linien enthalten es gibt nachtbus linien schnellbus linien und halt normale linien so heißt es aktuell auf der website von sim news wird die dsc werden aktuell benötigt hamburg tag und nacht hamburg hafen city bad hügelsdorf köln bremen nord chicago downtown und das harlycon ki pack gut dem harlycon ki pack kann man vielleicht noch was machen aber chicago downtown interessante sache auf jeden fall ich packe euch den link unten in die video beschreibung mit rein da kommt ihr direkt auf die seite von sim news und darf vielleicht dann auch den download link dann mit enthalten wir verabschieden uns von um sie und gehen mal wieder zum fernbus simulater und turist pass simulater denn hier hat thema studios einen neuen dlc angekündigt der jetzt am 28.2020 jetzt erscheinen soll der mann oder mann lions coach der dritten generation so sieht das ganze aus das schöne ist hier auch wenn ihr den bus für den einen simulater kauft ihr das automatisch auch für den anderen simulater erhältlich wird das gute stück ab nächster woche sein zu einem preis von 12,95 euro oder eurem regionalen akku relevant zum fahrzeug dieser dlc paket erweitert den fuhrpark um den mann lion coach dritten generation in allen vier varianten lions coach lions coach c 2 achsa lions coach c 3 achsa und lions coach l nicht nur das design des mann lion coach hat sich seit 2017 gewandelt er bietet mit zwei achsa der lions coach c auch eine zusätzliche variante ebenso ist es möglich die normalen außenspiegel gegen das kamerasystem optivue auszutauschen sowie die reifen mit radkarten aufzustatten und mit normalen filmen zu fahren weitere infos und bildmaterial folgen bald wer sich den neuen dlc schon mal live und in farbe anschauen will hat dieses wochenende gelegenheit in unserem event center im fernbus simulater vorbeizuschauen wer also den fernbus simulater hat kann ja mal vorbeigucken da ist irgendwie so ein monitor abgebildet und da wird irgendwie sowas immer ausgestrahlt vielleicht habt ihr noch glück und ihr seht ihn heute er eventuell noch wenn euch das ganze interessiert sonst erscheint er jetzt kommende woche wie gesagt 12 95 wir gehen mal weiter denn aerosoft hat sich jetzt zu wort ausgemeldet was aerosoft nein das war doch das war denn halt hier hat man einen kleinen nein doch erst tschuldigung ich verwechselt hat jetzt zu sehen gamescom line-up jetzt angekündigt und zwar für die gamescom 2020 und zwar möchte man hier mehr zeigen zum bussimulator 21 lift of drone racing landwirtschaft simulater 19 alpinen landwirtschafts älteren und drones warm von still alive das ganze soll wie gesagt jetzt kommende woche alles irgendwie gestückelt jetzt zu kommen angeblich oder es ist so dass 28 jahr die nächste messe ja vonstatten geht von aerosoft wir werden mal gucken dass wir da vielleicht so das ein oder andere eventuell hier noch so irgendwie an land ziehen können damit wir hierfür neue news irgendwie parat halten können dementsprechend schaut es immer wie gesagt vorbei wir können das ganze halt nicht alles am wochenende packen weil die folge sonst einfach unendlich lang wird deswegen müssen wir das ganze mit einem gamescom special denn hier in den öpnv news festhalten also falls wir hier irgendwas wissen machen wir es aber so dass das ganze nicht einfach video für video kommt oder drei vier videos öpnv news videos am tag sondern wir werden es dann abends zusammen gebündelt denn für euch veröffentlichen und interessanterweise war jetzt jetzt von aerosoft die haben wir jetzt nämlich ein trailer veröffentlicht wo die neuen spiele angekündigt worden sind und hier wenn man das video mal sich so ein bisschen langsamer angeschaut hat ist ein neuer straßenbahn simulator wohl in der mache interessanterweise haben wir uns auf dem discord damit hart überlegt was könnte das sein könnte das vielleicht lotus sein um sie sein also um sie haben von vornherein schon ausgeschlossen lotus kommt knapp dran aber es passt einfach nicht zu lotus dementsprechend ist hier interessant was hier für eine simulation von statten geht view app meldet sich natürlich wieder zu wort also man sieht halt unten in dem trailer von dem next sim trailer von aerosoft das und view app abgebildet ist dementsprechend gehen wir davon aus dass das ganze hier eventuell auch von view app kommt denn das straßenbahnmodell was uns entgegenkommt passt nämlich zu einem bombardier aus wien denn auch mit der lackierung rot weiß ja liegt auf jeden fall schon ein bisschen sehr nahe dass das ganze eventuell aus der richtung view app kommt denn es gab ja natürlich auch von view app bereits schon um sie die ecs aus wien soweit es hier mehr informationen gibt werden wir euch das ganze natürlich zukommen lassen wir sind auf jeden fall sehr gespannt was uns auf der gamescom erwartet erwartet uns eventuell wirklich jetzt eine richtige offizielle konkurrenz im gegensatz jetzt hier zu lotus hat man lotus jetzt den rücken gekehrt ja ist vielleicht eine alternative für euch jetzt vielleicht doch mal von lotus mal so kurz weg zu gehen und vielleicht dementsprechend werden wir euch die man auf dem offenen halten spätestens donnerstag werden wir mehr wissen dazu was das ganze hier auf sich hat was view app geplant hat gerne könnt ihr mal eure meinung dazu unten in die kommentare posten denn arbeitet view app jetzt wirklich an einem dlc einem neuen projekt und hat die dlc von lotus jetzt komplett jetzt weggeschmissen wie würdet ihr das denn jetzt finden wie würdet ihr darauf reagieren wie gesagt nutzt dazu gerne die kommentarfunktion schreibt es am besten mal unten mit rein und damit kommen wir jetzt mal schnell noch zu unserer britischen abteilung denn hier gab es natürlich auch wieder einiges für den right blue street light beziehungsweise polygon light ist ein neues update erschienen version 1.14 und hier wurde folgendes verändert es gibt jetzt hier neue nacht texturen für das dashboard neue felgen texturen eine wochenend simulation für den zeitungskasten da die zeitung metro am wochenende nicht erschienen ist ok scheiben lassen sich nun zerstören neue direkt texturen neue qualitätskontroll prüfplakette am fahrerfenster und ein verbessertes force feedback das update wird natürlich bei steam automatisch runtergeladen falls ihr den bus besitzen solltet aber empfehlen kann man das ganze schon weil das hat man so auf in keinem anderen bus gesehen dass der bus einfach mal so dreckig wird auch master switch studios hat sich mal wieder sofort gemeldet und zwar mit einem neuen bus eventuell der hydrogen street deck auf dem disco server von virtual hub gab es neue informationen zu einem neuen projekt vom master switch studios wird gesetz erschienen ist in einem der folgenden updates soll es ein right bus street deck hydro gehen für das gehen drei paket folgen hierbei handelt es sich um einen der ersten britischen wasserstoff bussen der versuchsweise in großbritannien zum einsatz kommt ein genauen termin zu dem update ist allerdings noch nicht bekannt werden euch da auch weiterhin auf dem laufenden halten den diskon link packt euch unten selbstverständlich wieder in die video beschreibung mit rein ein neues projekt wurde auf fellow films jetzt angekündigt und zwar das projekts ist eine fiktive karte die zwei linie beinhaltet die von first bus betrieben werden die linie 71 geht vom stadtzentrum zu einem krankenhaus des national health service in hs und wird mit dem alexander dennis enviro 200 mmc bedient die linie 72 wird mit dem doppeldeckern bus des typ volvos b9 tl bedient und führt zum stadtzentrum zu einem industriegebiet in moor cross so heißt es aktuell auf fellow films den link packen wir euch auch hier wieder unten in die video beschreibung mit rein und zu guter letzt gab es noch ein weiteres projekt auf fellow films und zwar mit dem namen north lincoln shire beziehungsweise humberside ist eine karte in nordirgendland die metropolen mit den ländlichen gebieten verbinden ca 26 fahrbare linien erwarten den spieler bei release die linien werden von stagecoach betrieben und echte betriebshöfe von stagecoach wurden nachgebaut so heißt es aktuell auf fellow films auch hier sobald sie neue informationen gibt erfahrt ihr es selbst wahrscheinlich wieder hier und das war es dann auch jetzt erstmal mit den news hier für diese woche ich denke mal nächste woche wird es richtig knippel dick gekommen denn da werden wir wahrscheinlich aus den news gar nicht rauskommen die forten öffnet ja games kommen nun glaube am dienstag wenn mich jetzt nicht alles täuscht dienstag mittwoch da werden wir abends einen live stream wahrscheinlich uns gemeinsam mal gucken die eröffnungsrede halt von der gamescom dementsprechend werden dann natürlich neue spiele vorgestellt neue konsolen vorgestellt eventuell sehen wir dann endlich mal die playstation 5 in action und erfahren vielleicht sogar den einen oder anderen preis das wäre eigentlich mal löblich denn lange dauert es nicht mehr bis sie erscheinen sollen und vielleicht erwartet uns ja da vielleicht die ein oder andere simulationen dementsprechend werden uns das ganze hier zusammen mit euch angucken und wie gesagt sobald es hier neue informationen neue neue news gibt rund um pnv simulationen dann werden wir das abends hier immer zusammen gebündelten in die news packen und sonntag dann ganz normal dann einfach unsere news abdrehen das war es ich bedanke mich wünsche euch noch ein schönes restwochenende und wir sehen uns dann hoffentlich ja zu den nächsten news wieder ich verabschiede mich bedanke mich sage tschüss leute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal